Musik Hallihallo und herzlich willkommen hier zu einem Letztest von Banished, das seht ihr hier oben stehen Und wir testen es heute mal zusammen und wir fangen hier auch gleich mal an, gehen auf eine neue Karte Townname ist einfach der Stadtname, wie ihr seht ist hier alles englisch und deshalb versuche ich das auch so ein bisschen zu übersetzen Townname, gehen wir mal, steh mich, jetzt fehlt ein M, das ist ziemlich doof Steh, S-T-E-M-I-C-H, passt doch Mapseed, das ist eigentlich wie bei Minecraft, könnt ihr hier einfach ändern, was ihr wollt Ich weiß jetzt keinen guten, ich nehme jetzt hier mal irgendwas zufälliges Terraintyp, ihr könnt entweder auf Berge oder eben auf Wallis gehen, ich nehme jetzt mal Wallis Dann gehen wir mal auf ein großes Gelände Klima, ihr könnt auf eben Harsh, Fair und Mild, also Fair ist ausgeglichen, nicht zu kalt, nicht zu warm Mild ist eher was für wärmere Regionen und Harsh ist dann schon ziemlich hart, das werdet ihr dann sehen Und geben wir mal auf, Schwierigkeitsgrad geben wir auf Medium und dann starten wir das Ganze hier mal Und solange es lädt, kann ich ja ein bisschen was erzählen über uns und zwar seht ihr hier das erste Let's Test von mir Das ist ja hier gerade ein gemeinsames Projekt, also nicht Banished, sondern der Kanal, auf dem ihr gerade seid, Extemp Den führe ich nicht alleine, sondern wir sind hier eigentlich zu viert Aber momentan macht nur Bene Videos, das könnt ihr sehen, wenn ihr mal in die Playlist schaut, das Cities of Motions 2, das macht Bene Und von mir werdet ihr ein paar Let's Tests und Let's Plays sehen Wobei ich selbst noch nicht weiß, ob das Banished hier jetzt ein Let's Play oder ein Let's Test wird Ich werde es wahrscheinlich mal als Let's Test deklarieren Denn ich weiß nicht, ob es mir noch nach 3, 4 Folgen Spaß macht, ich habe es nochmal kurz angezockt Wenn es mir noch Spaß macht, dann wird da ein Let's Play draus Und wenn nicht, machen wir eben ein etwas langgezogenes Let's Test für ein paar Folgen Das ist ja so, dass das Spiel von einem einzigen Entwickler komplett designt, programmiert und animiert worden ist Und es erinnert mich, ehrlich gesagt, so ein bisschen an Ja, an was erinnert mich, das Net Stronghold hier, Age of Empires Und da fangen wir mal an, wir haben hier, erstmal hier kurz auf Pause gehen Pause So, erstmal kurz zur Übersicht Hier haben wir unser Rohstofflager Wir haben Firewood, also Feuerholz Iron, Stone, Stein Iron hier ist eben Eisen Und Lock sind Baumstämme 67% Full Ist, denke ich, selbsterklärend Dann haben wir hier unsere Scheune Iron Tool, also Iron Stahl, Werkzeug, Potato Kartoffeln Und Heightcoat ist quasi Was zum Anziehen für den Winter Weil hier gibt es wechselnde Jahreszeiten Und hier haben wir unsere ganzen Einwohner Das ist zum Beispiel der Citizen Und das ist Ach ne Ha stopp Fail Ollis ist der Name Citizen heißt Bürger So, darum sind wir schon wieder Ja, ihr seht hier Die Gesundheit Fröhlichkeit Alter 13 Ist im Mittelalter schon ziemlich alt Äh, Klamotten sind ganz normal Tool Ist Iron Man kann aber auch, ähm Dann kaputte Werkzeuge haben Und, und, und Aber das sehen wir dann alles später Und wie ihr seht Sind die alle hier Obdachlos Also fangen wir mal an Mit einem Häuschen Würde ich mal sagen Und Da war noch kein Häuschen Was kostet ein Häuschen? Äh, ist ein bisschen, bisschen Viel Fangen wir mal an Mit einem Also Landenheim Aber ich kann auch kurz Ja, genau Also Landenheim Wir können das hier überall hinbauen Wenn ich es jetzt hier hinbaue Fangen sie sofort an mit Bauen Und wenn ich es jetzt hier hinbauen würde Dann, äh, müssten die erst die ganzen Steine Bäume und Eisen wegmachen Um das Ding dann auch zu platzieren Und Desterhalb der Wegen Baue ich das Ding gleich mal Hier kann man es drehen Auf R im Übrigen Bauen wir das gleich mal da oben hin Das reißen wir dann später sowieso wieder ab Bauen wir das mal So hin So Das bauen wir hier hin Und dann können wir hier In der Übersicht Auf Diese Eventliste brauchen wir noch nicht Hier Das ist meine Stadtliste Die lasse ich mir mal offen Und hier habe ich meine Arbeiterliste Also heißt hier Labora Habe ich 10 Und die kann ich jetzt auf die einzelnen Berufe aufteilen Sofern ich dann eben die Gebäude habe Oder, ähm Ich lasse sie als Labora Die machen dann quasi alles Was ich denen sage Das sind quasi Meine Sklaven Ja Und ähm Bilder Hier wird vorgeschlagen Was man braucht Da tun wir auch gleich mal 4 Stück einsetzen Und das Zweitwichtigste Bevor ich jetzt hier starte Ist, dass wir uns Was zu essen anbauen Und zwar können wir hier Felder ausweisen Ich weiß noch nicht Wie groß bauen wir die Bauen wir die alle mal da hüben hin Das denke ich das Beste Ich muss gerade mal hier von Anfang an Gleich mal eine Stadt planen Dann bauen wir die Stadt Da hin Und hier Drüben eben die Felder Fangen wir mal an Wie groß bauen wir denn das Feld Oder bauen wir es hier Da bauen wir einen Weg rein Und dann bauen wir es hier Wird auch angezeigt Welche Größe Ich würde mal sagen Machen wir 8x12 Kommen wir da hinten 8x12 Ja Und dann brauchen wir auch 6 Bilder 6x Er hat 6 gesagt Ja So und dann können wir hier auch schon mal starten Hier müssen wir drauf Und die machen sich jetzt an die Arbeit Und sobald die hier eben Dieses obdachlosenheim gebaut haben Geht es dann gleich los Dass die hier alle einziehen Und Dann können wir auch Für den ersten Winter gewappnet sein Und wie ihr hier seht Macht der Kunde gleich hier den Baum weg 10 Bäume sind es Die weg müssen Und dann wird hier ein Feld gebaut Und dann müssen wir eben noch auswählen Was wir da drauf anpflanzen wollen Und jetzt haben wir noch 4 Leute übrig Und die netten 4 Leute Könnt ihr hier Entweder auf Holz sammeln gehen Auf Stone Oder eben auf Iron Oder ihr lasst einfach Komplett alles abbauen Was ich jetzt hier auch machen lasse Die machen wir das Ding hier quasi weg Und Tragen das alles hier schön In mein Lagerhaus Und Das Wichtige ist dann auch für später Gleich für den ersten Winter Sehr viel Essen zu sammeln Denn sonst Wird es im Winter ein bisschen eng für eure Leute Und die sterben euch weg Das ist wirklich so Ihr werdet es sehen Wenn ihr das erste Mal auf Medium spielt Ich glaube jeder der das Spiel das erste Mal spielt Und schwerer als leicht macht Dem werden im Winter die kompletten Leute erfrieren Ja Jetzt können wir hier eben das Feld Bohnen 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 Was nehmen wir dann Bohnen Bohnen Ja Bohnen So Bohnen haben wir Und jetzt gehen wir wieder auf unsere Arbeiterliste Und jetzt seht ihr Farmer Für dieses Feld brauchen wir 2 Leute Die stellen wir natürlich ein Und das Problem ist Wir haben jetzt hier Early Spring Das heißt Früher Frühling Wir haben Englisch aufgepasst hat Weiß sowas Und es geht dann über In Spring Early Sommer Summer Late Summer Und dann kommt eben der Herbst Und der Winter Und im Winter können die Komischen Farmer hier zum Beispiel nichts machen Und da müssen wir dann schon im Frühling Bis zum Sommer genügend Und Essen reinkriegen Damit wir eben im Winter über die Runden kommen Ey Leute Wollt ihr mich jetzt verarschen? Baut doch erstmal hier Matt Ey 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 Ah Hier Warum machen die nie das was es soll? Ne das reißen wir nicht ab Ähm Kanker Ah Du Mann das sehen wir alles Was ich hier zum Sammeln aus Oder freigegeben hab Wieder wegmachen Dass die erstmal hier anfangen Dieses Feld zu bewirtschaften Und auch das Ding hier zu bauen Das haben wir zum Beispiel zu 9% schon fertig Und wir sollten dann auf jeden Fall Bis zum Winter Unsere Ja Unser Wohnhaus Oder Obdachlosenheim Und eben das Feld fertig haben Damit wir ein bisschen was zu essen haben Und wir bauen glaube ich Gleich noch ein zweites Feld Sicher Sicher Ich will nicht dass wir dann im Winter Gleich schon das Lysphilie abbrechen müssen Weil wir eben Keine Leute mehr haben Die dann eventuell Für mich leben Weil sie alle tot sind Weil sie nichts zu essen haben Das wäre ziemlich doof Und jetzt haben wir hier ein Problem Dass ich hier nichts bauen kann Okay dann machen wir Das anders bauen Das Feld da runter Wir haben 8x12 gemacht Bauen wir nochmal 8x12 12x8 Läuft Und wie ihr seht Bauen die hier schon an 0% ist es noch Food Limit Auf 5000 Das setzen wir mal hoch Auf 8000 Food Limit heißt quasi Dass die Leute Einlagern bis 5000 Aber sicher ist denke ich mal Wenn wir ein bisschen mehr haben Weil das geht ja nicht kaputt Zum Glück Deshalb setze ich das mal Auf 10.000 hoch Dann haben wir auf jeden Fall Für die Zukunft genügend Und hier werden gerade Die Keller ausgehoben Die Leichenkeller Wo die Leute dann Verscharrt werden Und so Keine Ahnung was die da machen Sieht aus wie das Grundgerüst Und ich werde es dann so machen Dass die Farmer Die dann im Winter Nichts zu tun haben Ich habe schon wieder gesehen Dass ich meine Mitarbeiterliste Geschlossen habe Oder meine Arbeiterliste Dass die Leute Die im Winter nichts zu tun haben Dass ich die dann Quasi Von der Farm Oder von den Feldern Abziehe Und Labor machen lasse Dass die mir dann hier Ein bisschen was freimachen Man kann auch hier Wenn er guckt Tiere jagen Das wäre quasi der Hunter Jäger Fisherman Ist der All der Fischer Herbalist Förster Der Woodcutter Ist der nächste Den wir brauchen Der macht nämlich Aus diesen Loks Also Baumstämmen Feuerholz Und wenn wir kein Feuerholz haben Erfrieren die im Winter auch Das ist auch ziemlich Kontraproduktiv Also sollten wir da auch aufpassen Damit die Leute Nicht alle im Winter Wie soll ich das am besten sagen Hops gehen Ja Hops gehen ist denke ich Eine gute Ja können wir machen Und nachdem das Feld Hier auch Aufgebaut ist Können wir auch Also es wird bei 100% Automatisch abgeerntet Aber wir können hier auch Auf Harvest klicken Sobald wir hier ein bisschen was haben Wird es dann auch abgeerntet Halt auf diesen Reifestadium Oder auf diesen Prozentstadium Auf den es gerade ist Bringt eben weniger Ertrag Als wenn es komplett voll ist Ist ja logisch Wenn du nur 80% Erntest Statt 100% Es ist denke ich mal Sehr hilfreich Weil es mal eine Nahrungsknappheit ist Was ich hoffentlich Nicht haben werde Deshalb hoffe ich Dass es hier noch Ein bisschen Positiv Vorangeht Hier gehen wir wieder Was tun wir dann Hier machen wir mal das andere Da brauchen wir jetzt Vier Farmer Können wir die letzten Zwei Labora Hier mit einsetzen Dafür haben wir hier Zwei Bilder Über Die nehmen wir jetzt mal Hier weg Und bauen erstmal Einen Weg Der Weg Ist der Da Irgendwo Ich muss mal kurz gucken Mich erstmal wieder Zurechtfinden Ich glaube mal hier beim Rad Könnte der Weg sein Brückentunnel Steinweg Dreckweg Für uns reicht erstmal der Dreckweg Weil wir noch nicht so viele Steine haben Die sollen wir hier im Weg bauen Und wir haben hier noch Verschiedene Sachen Krankenhaus Dann haben wir hier eine Townhall Eine Stadthalle Kirche Friedhof Schule Brunnen Der Brunnen ist nicht Damit sie was zu trinken haben Sondern dass sie Feuer löschen können Brauchen wir später auch Dann können wir das weitere Auch hier Neben den Feldern Baumplantagen bauen Für Baumplantagen So Für Walnüsse Oder Äpfel Birnen Alles was so An Bäumen wächst Wir können Tiere züchten Jedoch geht das nicht von alleine Sondern die müsste man dann Über den Hafen einkaufen Und wie ich eben schon gesagt habe Hätten wir hier den Fischer Jäger Und eben den Gärtner Gärtner Da hört man schon wieder Den fränkischen Dialekt Bei mir durch Hier könnte ich dann eben noch Meinen Sammelplatz Oder meinen Lagerplatz Erhöhen Dann hätte ich hier noch Eine Markt Hier hätte ich einen Trading Post Also einen Handelsposten Oder eben eine Zweite Scheune Falls ich mal ein bisschen Was Zu essen überhaupt Oder eben Iron Tool Und sonst was Keine Ahnung Hier Wie weit sind sie da Hier arbeiten sie Das freut mich Hier sind sie schon bei 4% Das freut mich noch mehr Und wie schaut es bei euch aus Geht voran Dann fangen wir gleich mal an Und bauen Hier Einen Woodcutter Den bauen wir Wo bauen wir denn den hin Am besten Dümmsten Keine Ahnung Wo bauen wir denn den hin Ich muss mal gucken Wo baue ich denn meine Industrie hin Baue ich die Industrie daheben Statt da unten Und Nahrung daheben Ja so machen wir das Ungefähr Vielleicht Hoffentlich Baum Baus Soll sie mir erstmal In einem Weg hier hochbauen Und es ist Und es ist nicht so Und es ist nicht so Dass in dem Spiel Die Leute automatisch Einen Weg lang laufen Sondern Dass man hier Auf dieser Übersicht Auf dieser Übersicht Hier sehen kann Wo sie denn laufen Also quasi Gucke ich Klicke ich mal hier an Kunde Zeige mir deinen Weg Achso Der läuft noch nicht so sehr viel Der hier Der läuft also quasi Hier den Weg lang Und wenn ich jetzt den Weg Exakt da baue Wo die ihre Oder wo die ihre Laufwege haben Und am Weg drunter baue Sind sie schneller Wie zum Beispiel bei denen Rolle Zeig mir deinen Wehrheck Ah Hat schon wieder verklickt Na egal Das ist mir jetzt auch egal Ähm Wie gesagt Der Woodcutter brauchen wir Der ist hier dabei Und den bauen wir Den Weg Habe ich hier direkt drauf gezogen Dann stellen wir den mal Da hinten hin Dass der Verwinder ein bisschen Brennholz macht Und wie ihr seht Obdachlosenheim ist fertig Die Leute sind alle weg Und hier leben die alle drin Ein paar Plätze haben wir noch Chilled Hier sind auch die ganzen Jobs Alter Und sobald die Kinder erwachsen sind Kriegen wir mehr Laborer Also Ähm Wir hatten am Anfang 10 Leute Und jetzt haben wir Immer noch 10 Leute Also ist noch keiner erwachsen geworden Dann haben wir hier unser Inventory Also Feuerholz Und Potato Und wie ihr seht Haben wir hier nur noch 200 Potatoes Kartoffeln Es wird also eng für den Winter Und Desterhalb Derwegen Sollten wir mal gucken Dass wir hier noch ein bisschen Was zu essen rankriegen Ich meine Die haben jetzt zwar schon Ihr Inventar für den Winter voll Aber sie werden trotzdem Immer weiter da rausnehmen Und derwegen Muss ich schauen Dass ich hier ein bisschen Was drin habe Damit ich dann im nächsten Jahr Auch was Häuser mäßiges bauen kann Und jetzt sind wir schon im Spring Also Im Frühling Ja Ich glaube Ihr wisst selber Was das heißt Also Spring Summer Winter Und so weiter Auf jeden Fall Müssen wir jetzt hier ein bisschen Darauf achten Auch wenn die Gesundheit runter geht Dass wir uns dann in Hubble ist Und ein Krankenhaus bauen Bier brauchen wir noch nicht Also okay Bier wäre eigentlich ziemlich geil Aber Das machen wir später Und hier wird eben angezeigt Meine Loks Also Baumstämme Das hier ist Stone Das hier ist Iron Also Stahl Oder Eisen Eigentlich heißt Iron Eisen Aber ist mir egal Ich sage sowieso Stahl Dann haben wir hier Unser Feuerholz Kohle Unsere Werkzeuge Die werden dann auch verbraucht Also je mehr die Leute arbeiten Und ich keinen Werkzeugschmied baue Dann nehmen die hier die Werkzeuge raus Und irgendwann haben sie keine mehr Und dann sind sie eben unproduktiver Aber YOLO Hier sind eben die Klamotten an die Sachen Kräuter Medizin Und hier ist eben das Essen Was momentan ein bisschen wenig ist Und ich hoffe die sind gleich fertig Mit ihrem scheiß Weg Damit die hier am Anfang Diesen Woodcutter zu bauen Der ist schon zu 10% fertig Ist trotzdem ein Vorteil Und nach dem Woodcutter Bauen wir noch eine Fischerhütte da Weil die geht auch im Winter So sind wir wenigstens etwas Auf der sicheren Seite Abgesichert Damit wir Im Winter Nicht komplett Verhungern Kaputt gehen Sterben Das wäre ziemlich doof Wichtig ist vielleicht auch Wenn ihr sowas macht Damit ihr nicht 5000 Milliarden Fischerhütten nebeneinander baut Sondern Damit ihr ein bisschen Den Radius freilasst Weil sonst sind die Gewässer überfischt Und das wäre auch Kontraproduktiv Weil dann könnt ihr 100 Fischerhütten bauen Und kriegt vielleicht Weniger raus Als wenn ihr eine baut Ist denke ich auch Selbsterklärend Hier 7% Squash haben wir angebaut Wie ihr seht Wachsen die Sachen hier schön Hier das ist auch schon Fast zu 50% fertig Also das ist schon ziemlich schön Und auch von der Grafik her Also echt ein Lob an den Programmierer Der das gemacht hat Es gibt klar noch ein paar Sachen Die man verbessern könnte Aber ich finde schon die Grafik Für jemanden der das Komplett allein Gemacht hat Das Spiel Komplett allein designt Komplett allein programmiert Echt ziemlich geil gemacht Und ihr werdet dann auch sehen Dass diese Laubbäume Im Herbst die Blätter verlieren Und im Winter dann Schnee fällt Und 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 Also wirklich ein super Let's Play Okay das klang jetzt Dezent schwul No homo Aber trotzdem Sollten wir vielleicht mal lassen Hier wie schaut's aus 40 Leute Hier haben wir 0% Das läuft auch Hier ist ein Kind Was machst du Kind E-Mann Hi E-Mann Geschlecht Männlich Zufrieden Alter nein Okay läuft E-Mann ist Edling Ja läuft Wer bist du Du bist die Corlicella Alter was haben die Leute Für Namen gegeben Du bist nicht das Scropfield Du bist ein Feld Und du bist die Kami Okay Kami geht noch Ich möchte hier nicht Weiter aufpassen Wer bist du Hallo Herr Nell Okay Nell und du bist der Herr Laurel Ist das ein Kerl Oder ist ein Mann haben die Namen Wer bist du Tollis Moin Ollis Läuft Was du machst Und du bist der Ach du bist eine Die Fail Aureta Klingt so ein bisschen Wie Loretta Ey Das erinnert mich Schon wieder an Zirkus Halligalli Mann 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 Okay das haben wir Hier gleich fertig Und das wird auch Langsam fertig Und somit haben wir Auch schon die Grundversorgung unserer Stadt komplett fertig Gestellt Und jetzt haben wir Das Autosave Läuft Ja Ich glaube wir sollten Auch noch ein bisschen Das Spiel weiterspielen Und Wenn es euch gefällt Das Spiel Dann könnt ihr mal Unten in die Videobeschreibung gucken In die Infobox Da ist der Link Drinnen Wo man das Spiel Kostenlos downloaden kann Oder ihr gebt einfach Banished In Steam ein Das ist momentan noch So eine Open Beta Quasi Das Spiel wird also Noch weiterentwickelt Das ist noch nicht fertig Aber ich finde es Trotzdem schon geil Das ist so zu spielen Man kann auch noch Einiges machen Das werdet ihr da noch Sehen Man kann noch Handeln mit Computerspielern Also NPCs Die leider nicht Auf der Map sind Äh Map Hier habt ihr die Map Hier haben wir Unsere Gebäude Hier haben wir Ein See Eine Insel Da möchte ich mich Nicht ansiedeln Was haben wir hier Gebirge Hier haben wir Wald Wunderschöner Wald Noch mehr Wunderschöner Wald Also wirklich War alles wunderschön Hier Aber gehen wir mal Zurück zur Siedlung Und der Markt Kann keine Kriege führen Also das ist ja auch Ein Unterschied Zu Age of Empires Denn man vergleicht ja Eigentlich so Strategiespiele In denen man sich Eine Siedlung aufbauen Muss und die Versorgung sicherstellt Meistens mit Age of Empires Oder SimCity Wobei Das eher SimCity Ähnelt als Age of Empires Und Wie schaut es hier aus 53% Hier haben wir 92% Also heißt wir brauchen Ja auch gleich Ein Arbeiter Woodcutter Wenn der Sobald der auf 100 ist Komm Bild noch Fertig Jo Dann seht ihr hier Ein Woodcutter Und Stellen wir gleich mal Einen ein Und der macht man Jetzt hier aus Den Loks Die wir Hier haben Den 29 Macht dann mal Feuerholz Damit diese Winter warm haben Die Farmer Ich bin der Farmer Ja Gehen wir hier wieder zurück Bauen uns ein paar Labor Und Gut jetzt lassen wir Offen Wie schaut es hier aus Hier haben wir 59% Das sieht auch gut aus Und dann würde ich Trotzdem mal sagen Für den Winter Können wir hier gleich Schon mal anfangen Ein bisschen Platz zu schaffen Für unsere Siedlung Das ist ja wirklich so Dass ihr hier Euren Platz selbst schaffen müsst Entweder wenn ihr Gebäude reinbaut Wie es vorhin schon bei dem Obdachlosenheim gesagt hat Oder ihr lasst es einfach so Abarbeiten Und wenn ihr nicht aufpasst Dann vermehrt sich der Wald Von selbst wieder Es ist zwar nicht so schnell wie wenn Ein Förster den wieder anpflanzt Aber der Vermehrt sich quasi Dann wieder hier auf die freien Flächen Und Nehmt euch Lebensraum weg Der Wald Momentan in der Realität Es ist umgekehrt Wir nehmen den Waldlebensraum weg Und hier Ist es alles Dass der Wald uns Lebensraum Wegnimmt Yeah Und wie ihr seht Habt ihr hier den Kreis Den Umkreis wo das Ding Fischen geht Also die nächste Fischerhütte Müssten wir dann Hier oben passt nicht rein Müssten wir dann hier reinbauen Und Ja Ich würde sagen Sobald es hier Okay haben wir auch auf 100 Also brauchen wir jetzt Fischer Die wir Hier Haben 4 Stück brauchen wir 4 Stück haben wir übrig Die Bilder können wir erstmal wegtun Die brauchen wir nicht Dann bauen wir noch 2 Okay wir bauen noch ein Feld Und haben dann nächstes Jahr Noch ein Farmer mehr Auf jeden Fall würde ich sagen Was ist jetzt erstmal Für die erste Folge mit Banished Wenn es euch gefallen hat Gebt mir einen Daumen hoch Und Ich würde mich freuen Wenn ihr wieder kommt Und Immer mal auf unseren Kanal vorbeischaut Es werden Schöne Tolle neue Projekte kommen Es werden auch Konsolenspiele Tutorials Gewinnspiele Community Action Livestreams Und 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 Das wird alles hier kommen Nach und nach Wenn es euch gefallen hat Wie gesagt Lasst einen netten Kommentar da Wenn ihr was wissen wollt Wenn ihr Fragen habt Würde es mich freuen Wenn wir zusammen In den Kommentaren Ein bisschen diskutieren können Oder ich eure Fragen Im nächsten Let's Play Beantworten kann Und dann würde ich sagen Macht es gut Und Kommt wieder Tschüss Das ist ein bisschen Dann geht's Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.